Die Hafen-City gehört Ihnen in den Beritt, das ist richtig? Also nicht die ganze Hafen-City, das geht ja Stück für Stück. Immer wenn sie fertig ist, kommt sie zu uns. Das heißt, jetzt wo dieses tolle Gebäude hier fertig ist und funktioniert, bin ich auch dafür verantwortlich. Das ist natürlich ein schönes Gefühl, oder? Es ist sowieso das schönste Gefühl, Bezirksamtsleiter in Hamburg-Mitte zu sein. Vor allen Dingen, weil Sie ja in Sichtweite hier ein schönes neues Büro beziehen werden. Sie können die Elfphilmine jeden Tag sehen. Sie waren wahrscheinlich schon ein paar Mal hier. Sind wir heute in einem neuen Hamburg aufgewacht? Zuerst einmal, als jetzt endlich klar war, dass es zur Eröffnung kommt, habe ich einmal tief ausgeatmet. Als ich dann das Gebäude das erste Mal betreten habe, habe ich tief eingeatmet, weil ich wirklich schwer beeindruckt war von der Schönheit und auch vom architektonischen Anspruch, der hier herrscht. Jetzt geht es darum, das auch mit künstlerischem Anspruch zu füllen. Dafür sind andere zuständig. Es ist kein neues Hamburg. Hamburg ist ein Gebilde aus vielen kulturellen Mosaiksteinchen, aber dieses hier glänzt ganz besonders. Mögen Sie klassische Musik? Ich liebe klassische Musik. Ich spiele selber viele klassische Instrumente und bin mit klassischer Musik aufgewachsen. Vielleicht könnten dann ja noch mal Sie ein Konzert in der Elfphilmine machen. Rainer Moritz vom Literaturhaus sagte, man könnte auch das Pinneberger Telefonbuch im Großen Saal vorlesen und es wäre ausverkauft. Wahrscheinlich hat er recht. Ich bringe persönlich meine neue Blockflöte mit und werde mich auf die Bühne stellen und für die Leser des Abendblattes auch gerne spielen. So machen wir es, versprochen. Vielen Dank. Schönen Abend. Viel Spaß. Danke.